Connect & Celebrate Talk Connection ist immer wichtig im richtigen Business und Peraro ist auch nicht nur eine Fashionmarke Peraro geht um die ganze Welt Jeder mag den Look und auch Hermann Bülbecker trägt Peraro Und da die erste Frage, was ist das Besondere an dieser Marke Peraro? Von Peraro ist diese blaue Jacke Und das ist ein Look, der sehr casual ist, den man aber auch durchaus businessmäßig anziehen kann Ein leichter Stoff, ausgefallene Farben Und es gibt einem ein Freudegefühl und man ist entspannt und genießt es Jetzt muss ich aber sagen, ich habe auch meine eigene Mode und meinen eigenen Look Und ich versuche dann Peraro mit dem zu kombinieren Und das ist auch wiederum ein Element von Peraro, dass es gut ist Diese Mode mit ganz anderen Stilen zu kombinieren Weil ich finde, jeder Mensch ist ein Individuum und jeder zieht sich so an, wie es ihm gefällt Und es ist manchmal auch nicht gut, wenn man komplett einen Style hat Ich glaube, das Wichtige ist, wie auch im Leben, das ist die Vielfalt, dass man Dinge kombiniert Dass man sehr unterschiedliche Dinge erfreut Und das ist wiederum ein gutes Zeichen von Peraro, dass man so eine Jacke total mit anderen Dingen kombinieren kann Und kann sich wohlfühlen Perfekt, ja, Armin Peraro ist ja ein Partner seit langer Zeit auch schon von mir Und er trage ja auch das ein oder andere super Stück Und haben jetzt am 13.12. unser Event Unsere Quiz-Smarty-Business-Tainment Und gleichzeitig meine Geburtstatt in Familienklein Das ist ein Event, wo es um Netzwerken geht Ich war mit Ihnen schon viel unterwegs Bei Lena DiCaprio, bei der Amphagala Richtig tolle Events Würden Sie sagen, kann man jetzt zum 13.12. zum Beispiel zu so einem Top-Netzwerk-Event auch so etwas tragen, so einen Casual-Look? Ich glaube, ja, weil es wichtig ist, dass es zur Person passt Und das ist ja überhaupt das Thema von Mode Dass man nicht irgendwelche Marken reproduziert Sondern, dass man versucht, eine Einheit zu sein mit dem, was man trägt Und wenn man das glaubwürdig trägt Ich glaube, man kann heute alles kombinieren, alles tragen Und es ist nicht der Anzug Der den Formalismus zu Ende bringt Und es ist auch nicht nötig, einen Anzug zu haben, um netzwerken zu können Man kann sogar manchmal sagen, jetzt ziehen wir die Jacke aus Und jetzt reden wir mal Tacheles Und das ist einfach das Schöne Insofern, man kann auch gut angezogen Locker auftreten Und wenn man seinen eigenen Stil hat Dann ist man sowieso authentisch Super, dann bitte in diesem Look mit Peraro Und mit dem längeren Mantel Am 13.12. erscheinen Und wir tanzen dann am Lambert-Stand Und essen dann paar Schokoprinzen Oder gibt's Schokoprinzen? Gibt's Schokoprinzen, sag ich? Ne, was? Schokoprinzen nicht, aber Printen gibt's Printen, Schokoprinzen, natürlich Schokoprinzen wollte ich sagen Also, wir sehen uns am 13.12. Bis dann, ciao Outro Outro